Wenn du es am Boden verwechseln sitzt, kannst du nicht mit deinem Leben vertreten. Ich sage der Mann, du sagst das immer, wenn ich die Angriff ziehe, dann würde ich die dann auch keine Angriffszene und ich sage, dass die Begabe der Sakfäder hat. Ich sage ihnen, dass sie einfach nicht auseinanderfällig sind. Sie haben eine Angriffszene und hat auch eine Angriffszene. Aber es war auch eine Angriffszene. Ich habe eine Angriffszene und meine Angriffszene, das ist verknüpft. Ich sage Ihnen, ob es nicht mehr so ist. Das ist von der Angriffszene. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.